Deutschlandfunk. Tag für Tag. Apropos Spielzeugfiguren, auch von Martin Luther gibt es ja eine Playmobil-Figur. Dies erschien in einer Sonderedition, als vor etwa vier Jahren überall in Europa ein großes Maßstab dem 500. Jubiläum des Thesenanschlags von Martin Luther gedacht wurde. Das Handeln von Luther, das geht natürlich über diesen Thesenanschlag noch weit hinaus. Und so kann in diesem Jahr gleich nochmal ein 500. Luther-Jubiläum gefeiert werden. Und zwar der Auftritt des Reformators auf dem Reichstag zu Worms 1521. Also der berühmte Augenblick, wo Luther da gesagt haben soll, daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Also dieser berühmte Ausspruch, der ist ja sinnbildlich geworden für die Gewissensfreiheit des Menschen bis in die Moderne. Diesem Thema Martin Luther und die Gewissensfreiheit widmet sich einer Ausstellung in Worms, die an diesem Wochenende eröffnet wurde und die eben nicht nur Luther, sondern auch seine Nachfolger in Sachen Gewissensfreiheit in den Blick nimmt. Martina Konrad war bei der Eröffnung dabei. So will ich denn eine einfache Antwort geben. Solange ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder durch die Vernunft überwunden werde, solange werde ich nur meinem Gewissen gehorchen und nichts widerrufen. Diese Frage des Gewissens stellt Kurator Olaf Mückein ins Zentrum seiner Konzeption für die Landesausstellung zu Luther in Worms. Es ist eine Wegscheide der Weltgeschichte mit weltpolitischen Konsequenzen. Die Ausstellung nimmt Martin Luthers mutige Widerrufsverweigerung im April 1521 und das Jubiläum zum Anlass und schreibt dann die Gewissensfreiheit, die in mutigem Protest geäußert wird, durch Runde fünf Jahrhunderte bis in die Gegenwart fort. Der erste Teil zeigt in der profanisierten Andreaskirche, die Ereignisse in Worms schildert ausführlich die Geschichte anhand schematischer Darstellungen und Texte. Worms war im Mittelalter eine bedeutende Reichsstadt. Highlights unter den Exponaten sind die handschriftliche Notiz, die sich Martin Luther in der Nacht zwischen dem ersten und zweiten Verhörtag gemacht hat und ein Bildnis des Kirchenrebellen gemalt von Lukas Kranach, dem Älteren. Vorgestellt wird ein facettenreicher Mensch. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Mit der Entscheidung, einzig und allein seinem Gewissen verantwortlich zu sein und nicht dem Kaiser oder Papst, hat Martin Luther Weltgeschichte geschrieben. Das Grundrecht auf Diskurs des Individuums ist damit verankert. Dank der Erfindung der Druckkunst, die Luther sich zunutze machte, wurde das Ereignis zu einer Medienschlacht zwischen Papstkirche und Reformation. Zahlreiche Bücher und Flugblätter belegen das. Im zweiten Teil der Ausstellung geht es dann um berühmte Persönlichkeiten, die für ihre Überzeugung und Ideale eingetreten sind, wie Martin Luther King, Nelson Mandela, Sophie Scholl und Georg Büchner. Es sind personifizierte Geschichten David gegen Goliath, von der Aufklärung über die französische Revolution bis zum Thema Sterbehilfe. Dahinter steht die Frage, ob man zu reflektierten, ethisch begründbaren Idealen in riskanten Situationen steht, wo man auch in äußeren Konflikt gerät und schlimmstenfalls genötigt ist, nur auf sich selbst oder, wenn man so will, auf Gott oder auf das Naturrecht oder auf eine Art Humanismus zu vertrauen. Gleichfalls unter dem Eindruck des deutschen Stalingrad-Desasters verfasste der Musikwissenschaftler und Philosophie-Professor Dr. Kurt Huber das sechste und zugleich letzte Flugblatt der Weißen Rose. Die Wormser Ausstellung Hier stehe ich, Gewissen und Freiheit 1521 bis 2021, fußt vor allem auf Texten und Schaubildern, die durch zahlreiche Hörbilder und Animationen aber auch sehr lebendig ist. Kompakt schildert sie historische Ereignisse, die uns neu denken lassen, welchen Stellenwert Glaube und Gewissen in den letzten 500 Jahren hatten und bis heute haben. Hier stehe ich, Gewissen und Protest 1521 bis 2021. Der Titel der Ausstellung im Museum der Stadt Worms, die wurde am Wochenende eröffnet und sie geht noch bis zum 30. Dezember.